Stress. Ich bin so gestresst oder stress mich nicht. Es muss nicht sein. Wir haben vier Bereiche in unserem Leben, die gleich gesund sein müssen. Diese vier Beine des Sessels sind der körperliche Bereich des Menschen, der seelische Bereich, der geistliche Bereich, der soziale Bereich. Wenn einer kürzer ist als der andere, dann sind wir aus dem Gleichgewicht und gestresst und haben Probleme. Was ich meine ist folgendes. Bitte achten Sie auf alle diese vier Bereiche in Ihrem Leben. Und ich möchte Sie ermutigen, Sie können tatsächlich vom Typ A zum Typ B kommen. Und Sie brauchen kein schlechtes Gewissen haben und meinen, Sie wären faul, wenn Sie sich auch einmal in die Hängematte setzen und ausspannen. Genießen wir doch viel mehr das Leben und nehmen Sie sich Zeit zum Leben.